Ja, keine Arme, keine Kekse. Ja, gut. Ohne Arme kann sich schlecht Kekse nehmen, ne? Gläser. Obwohl, die zerlege ich jetzt auch mal. Wir müssen Glas einschmelzen. Was müssen wir einschmelzen? Glas. Glas. Deswegen zerlege ich die Gläser jetzt auch alle immer. Dose. Ja, komm, ich esse die Bohren gleich mal. Ich meine, der Honig findet, wenn ich das jetzt verbunden. Ja, hier ist was. Katze. Munition. Munition aus. Ein Eisensperr, schick. Das macht mehr Schaden. Das ist mein Level 6. Nö. Aber zuerst kann ich ihn auch noch nicht, weil... Warte, schlange voll. Ja, oder was ein bisschen. Medizinische Vorräte. Ja, ein Verband. Alles klar. Ist noch ein Mülleimer. Blei. Hallo. Oh, hi. Wie, du bist ja schon da. Wie bist du denn gekommen? Das ist ein ganz normaler Holster hier, die du auch machen kannst. Oh. Hier, die Maschinen kannst du auseinander nehmen. Was? Die Maschinen hier. Die geben ordentlich Teile. Oh. Mach ich dann auch gleich. Äh. Nur zwei Bleitrophäen. Hier geht's nach draußen, okay. Nochmal zwei Bleitrophäen. Oh, viermal Klebeband. Ja, damit. Okay. Hast du zu viel gewaltige Reparatur dabei nicht mehr, ne? Nee. Oh, ich hab grad Klebeband gefunden. Da bin noch geschmiedetes Eisenachroß, Chris. Auch bei der Osterwerbbank. Kann ich welches bauen? Weil ich meine, noch geht's, aber... Oh, brauchst du gar nicht. Hab doch ganz selbst gefunden. Passt. Weil, so lange nicht mein Schraubenschlüssel... Naja. Hier die Aurore auseinandernehmen, die zerstörte... Dann sag ich, ist auch nochmal ordentlich geschmiertes Eisen. Passt. Was mein nur gerechtes Reproduktuale entworfen. Wie, ich bin schon wieder hungrig. Ich hab doch erst vor kurzem gegessen. Ich war grad verwirrt, warum der die Reparaturkitze nicht kaputt nicht baut. Was sag ich doch, hier ist noch was drin, ne? Munition aus. Äh, warte mal. Hier schon mal eins. Danke, danke. Hier schon mal zwei. So, die anderen beiden brauch ich gleich. Oh, kein Ding. Okay, also jetzt die Werkbank noch. Ja. Ja, ich hab noch mal geschmiertes Eisen. Schön. Kinder. Das ist ein Gewerkschaftsarbeiter. So ein Schrittgeschoss und Todesag. Hier ist Honig. Wieso machst du das? Oh, hier im Schrank. Oh, danke. Oh, danke. Das ist meine Infektion. Dann ist es dann wieder weg. Was macht doch man den ganzen Messing hier? Also ich finde das zwar geil, weil man kann ja Dings machen. Munition. Aber ich finde das echt massiv, was man hier findet davon. Wir sind halt wahrscheinlich in der Messinghauptstadt, ne? Hä, hä, hä. Hä, hä. Versteckte Medizin. Oh, mit Antibiotika. Bist du jetzt geheilt? Ja. Also 5% macht der Honig weg. Und ich war bei 2,1. Das passt schon. Oh, Geier. Noch ein Geier. Weil ich hab Dings gar nicht Antibiotika gefunden. Wie so ein Rucksack. Äh, wieder Glas. Habe ich jetzt wirklich die Rucksäcke gesehen? Na, hallo. Wo kommen wir denn hier alle her? Wollen wir Freunde sein? Doch, nein. Hallo. Weißt du was? Nein. Äh, ach, Stahlhammer vorst... Blä, blä, blä. Wo hast du ein Verband? Verband habe ich dabei. Warum? Äh, Ersthilfeverband, oder? Ersthilfeverband, ich hab 5 Stück. Ja, ich hab 2 mitgenommen, die nehme ich aber jetzt gerade. Okay. Die reichen aber auch vollkommen. Oh, hier ist echt nur... Och. Oh, und eine Laser-Zielhilfe-Mod. Sehr schön. Kann ich mir den Ding verbrauchen. Alles klar. Ach, ist alles rausgeholt, okay. So, dann ziehen wir Chim-Rays rein. Ist das Silberknopf, nehm ich mal was? Und zur Lege des Dings. So. Wir könnten hier vorne... Warte, hier war doch irgendwo noch ein Getränk geladen. Hm? Ähm, auch nochmal wegen Honig und so ein Schal-Kram gucken. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee eigentlich. Er holt natürlich das Ding da herunter. Hehehehe. Ich hab schon lange nichts mehr gefällt. Genau, hier ist die Bar. Basisbar. Und daneben an ist sogar noch was für dich zum Abbauen. Und tschüss. Klö, 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 klö. Baumfeld. Ich will jetzt erstmal was futtern. Hallo? Hallo? Ich will doch grad sagen. Hier ist noch ein Automat. Gesundheitsbalken 2. Ich hab ja 200, also von daher. Maximal Gesundheitsbonus plus 10. Bist du ja runter, oder? Ja, ich bin runtergüpf. Hi. Oh, das ist Angela. Und Eminem. Angela hat erst mal unter Hose. Äh, das will doch keiner sehen. Lol, Bauplan Elektrozaumpfors, den nehmen wir doch mal, ne? Ja. So, und dann mal ein bisschen Mega-Quasch mit. Hey, yo, du Drogendealer. Hast du ein bisschen Stoff? Wenn ich, dann gebe ich dir ein bisschen was. Wie wär's mal mit einer Ladung in Geschrot? Okay. Boom, boom. Äh, noch mehr Yuka-Saft. Den trinke ich jetzt aber mal. Du bist ein Bast-Spa, oder wie? Richtig. Yo, Barkeeper. Ein Whisky. Keine Beine, keine Kekse. Oh, Göttel. Yo, war das Essen nicht so gut hier, ne? Plops. Lecker verdammtes Fleisch. Hebs. Hallo, Leute. Ich zähl' ich mal den Göttel. Macht das. Heidi! Ich mochte Germanic Stacks Topmodel niemals, also von daher. Ja, die sind ja auch ein bisschen, ne? Ja. So, was haben wir denn hier drin? Oh, ein Robotikhammer. Ah, ha, 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 den zerlege ich jetzt aber. Ja, zerlegen. Bin oben. Wunderbar. Hier haben wir ein bisschen Medizin, Gärungsalkohol. Robotik-Teil, ich wollte aber Werk... Ach, Scheiße. Na, egal. Die Robotikhammer brauchen sie so nicht. So, wir haben... Du kannst jetzt aussuchen. Entweder gehen wir jetzt da lang, zu dem Haus da nochmal, da Richtung Smoke Drips in den großen Haus. Oder wir gucken uns hier um in der Nachbarschaft so ein bisschen. Warte mal, was? Wir können jetzt hier links lang gehen. Also an Dokus vorbei und auch in den Parkplatz hier, Smoke Drips und da hinten das große Haus. Ich würde erstmal da hinten, da ist eine Schule. Cool, die... Aua! Und das andere Gebäude, ne? Bist du auch in den Stachel drauf rein? Ja. Hey, das ist ein Wasserturm. Hier, soll ich ihm einen Rezept geben? Was für ein Rezept? Tipp, schlagt mal das Ding hier kaputt. Das Ding? Das hier oben. Ich stelle jetzt erstmal das Ventil. Ne, sag ja. Baumfels. Oh, da ist ein Hund. Er schieß ihn. Schieß ihn! Schieß ihn! Schieß ihn! Ach, das ist ne... 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 tankstelle. Toll. Keine Beine, keine Kekse. Äh... ne... 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 fette hier ist noch mal ein bisschen benzin drüber das hat er zurück jetzt haben wir es wieder genügend ja ich habe sie mir schon gewesen wenn da drin werden 27 natasche habe ich jetzt aber hier ist die hier ist noch der karten oder schule oder 20 stunden davon ist auch mal so ein großes lager so was haben wir denn hier im schulbusteren eisenrohr und motorwerkzeugteile jawohl ich zeige mal den bus macht das kann sich um stimmen handeln ich glaube meiner schule an drauf glaubt ist heute eltern sprecht da oder was ich guck mal wenn man die schule an so was eine qualität die hat ob sie in standard entspricht sie sind der rektor sie sind der rektor nehmen muss alles lehrer sein und sympathisches personal also schon mal weg quietsch quietsch bauplan schrutflitten drossel mod bauplan mündungsbremsen mod alles klar ok das geht nicht das ist vielleicht so ein zombie auseinander nehmen mit einem messer noch nicht das hat er wird noch oder so und weiß noch nicht der gern hast du trübes wasser trotzdem mitnimmst wegen kleber nach sturm stunde war ja was ja meine mental ist voll sagen wir es mal so ich habe noch drei plätze frei hallo ist ja noch ein bisschen was hier da kommen wir da kommen schon lehrerin und der hausmeister kommen auch schon guten tag ok jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber jetzt aber kurz gehen und jetzt kann ich wirklich alles bauen also was hier mechaniker angeht und das ist die küche hier okay keiner da hier arbeitet keiner was gibt es denn hier zu essen nur gold roten tee schlecht 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 was für eine schule ich schmeiße ein paar sachen raus die ich nicht brauche vielleicht sollten wir mal ein paar teile auch die uns dann da tauschen und platz wird zu schaffen du sehr vielleicht nicht verkehrt bis oben was machen drogendealer hier du bist also hier die pausen aus was erwartet ist bei mir macht einfach mal ein wohltätigkeitskonzert hier was haben wir hier eine sechste arg gefütterte handschuhe ich habe schon besseres hallo ich verstehe den sinn hier geraten nicht hinter wie ich ehrlich bin ach du hast gerade freunde hier lehrer mal wieder lehrer lehrer oder nicht lehrer das ist hier die frage hier geht es noch weiter nach oben und da sind wir auf dem dach geier und so truhe munition frack rakete munition oh cool raketenwerfer brauchen wir und hier ist auch dünner büchse munition dünner büchse munition das ist gut wow wieder teilen die man so nicht braucht wahrscheinlich jokersaft kaffee das war kaffee trinken was haben wir hier noch jetzt bin ich voll hey hier sind steroide ich bin ja sowieso schon fertig so lass uns mal jetzt mal sagt mich austauschen nur du mal ein bisschen mehr vital platz haben okay also ich habe mal die truhe war dann immer die truhe dafür so so ich packe mal hast du geschmiedet ja du hast geschmiedet seisen und das ja auch ich habe alles was man hier bekommt was man auch annehmen kann ich gebe hast noch medizinverbände jahre oder ich habe nämlich sechs dabei und der eine blockiert so ein bisschen schon mal jetzt auch mal rein und du guckst aber mal ob du da was von nehmen kannst hier hier so und pack einfach das rein was du denn ich habe sowas wie eisen und so das ganze reinpacken um eisen messing und blei alles klar eisen willst du nicht die truhe einfach mal hier zerlegen nein manchmal gibt es die manche automaten funktionieren noch und dafür gibst du dann buff food okay also messing blei oder wenn du irgendwas an medizin hast oder so kannst du auch überschieben das war es eigentlich so ziemlich wobei das eisen bekomme ich ja so dass du wieder weil ich wenn ich hier anderes zeugs zerlegt naja hier absolut eingeregt was so ich habe jetzt mal ein bisschen die dienste genommen mega quatsch ist schon besser ist drin was wir hier ich habe ab und bumm warte mehr quatsch habe ich davon noch 1 habe ich noch denke ich gleich mal gut da hinten ist ein lager ich würde aber erstmal sagen wir gehen erstmal zum butcher rein weil da auch manchmal noch was drin ist ich will da aber nicht runter springen ja dass wir hier nehmen guck hier klopft schon jemand gegen die wand da warum auch immer und tschüss wo willst du hin hier lang müssen wir ja ich bin draußen ja ich bin beim butcher beim butcher beim butcher beim butcher bei der butcher butcherpiez hallo wieso komm, schlack auf rutsch oh rocker Hallo? Hallo? Holzwände? Oh, hi. Hey, Emine. Scheiße, dieses schwarz-sichere Glas. Ist das hier alles nur Holz? Okay. Er muss sparen, ne? Ach, aber Stein. Warte mal, ich weiß doch, wo man langkommt. Hier nicht. Hier. Nicht so was unter der Erde. Oh, der hat er schon. Unterm Boden. Oh, wo bist du denn? In der Handtasche. Mit nichts drin. Ich gehe zum Supermarkt hoch. Hallo? Ich möchte keine... Oh nein, ich höre doch jetzt schon irgendwie ein bisschen quietsche. Und mehr Gäste. Ah, Flasche Wasser. Ach, Taschenlampe. Ja, noch Maismehl. Maismehl, kannst du mitnehmen, wenn du möchtest. Keine Maisbrot draus. Oh, hier ist Honig. Wie schön, dass der Baum hier reinweht. Nimmt er dir auch gar nicht die Sicht irgendwie. Hallo? Ich glaube, die sind in dem Mann. Da kommt Emma. Wird schon irgendwie... Oder klaust du, Mann? Da kommt jetzt auch was Versteckendes. Und... Zweimal Futter, Hühnchenration. Geier! Ah, das werden Chinesen... Quoten Chinesen getötet? Äh... Ich weiß nicht. Wie sagst du mit Geier? Tschüss. Pfff. Ah, hier ist was. Habe ich schon mal gesagt, dass der Baum überhaupt nicht stört? Ah, ist eine Schemwäschkiste. Ach, du bist gar nicht hier. Nö. Ich krieg's gleich wieder Kaffee. Jetzt essen, wieder mal. Acht mal Bier. Bier? Uh, Bier, Bett, Bett, Bett. Es regnete hier Frauen von der Milch. Christen, so. Die Kunst ist Bergbau aus Band 7, alles klar. Ach, goldroten Tee. Ich will keinen goldroten Tee, der brüchende Kindbuch wäre. Damit können wir uns schon tot schlagen. Weißt du was? Ich kipp mir jetzt erst mal drei Bier rein. Erst mal drei Bier? Ja, erst mal drei Bier rein kippen hier. Alles klar. Ich hab' ja nicht mehr diesen, das war unabsichtlich. Recht. Da kommen wir jetzt noch drüber, das Wasser sind wir mit. So, jetzt gehen wir mal aufs Dach. Ach, du bist genau unter mir. Ja. Gärungsalkohol, ich kann ihn aber nicht mitnehmen. Was haben wir denn hier? Nur Mist hier wieder mal. Working Stiff Tools. Und jetzt ist der Clown haben wir da drin. Den hab ich tatsächlich bisher noch nicht immer gefunden. Ja, jetzt ist ein Clown haben wir da drin. Wirklich? Ja. Wow. Tschüss. Tschüss. Oh Gott, viermal Rohrbombe. Ich glaub, es wird so richtig schön hier beim... Ach so, hier ist er noch eine Kitzung. Ernsthaft, du durchsuchst die Truhe, während du da runtergefallen bist? Ja. Sonst haben wir hier... Kartoffeln nimm ich auch mit. Jetzt bin ich mittlerweile aber hier voll. Bin auch voll. Goldruten-Tee, ey. Jetzt haben wir auch schon Goldruten-Tee hier. Ich weiß, wie ich mich jetzt schneller nach Hause bekomme. Sterben. Ja, wenn ich von hier oben runter springe, ich will nämlich kurz was maskieren. Oh, weißt du was? Leck mich! Toll. Ich mach doch trotzdem anders jetzt hier. Ist kalt. Wieder mit den Knien zusammengesackt ist hier. Was machst du da? Ich hab mich töten. Ich scho. Level 41. Was ist denn der Kram jetzt? Mann, ich hab das gerade aufgenommen da. Das ist ne Schambe. Oh, da hinten ist noch ein Schatz. Den hol ich mir doch mal. Mach das. Nur irgendwie darüber kommen noch, ne? Ah, okay. Jetzt werde ich mir Zombies. Kommt, ne? Du hast dich selbst eliminiert. Ja. Das ist Verschwendung von Rohrbomben. Ja, die wollen übrigens so kaum was. Das hat er noch nicht mal was kaputt gemacht. Das ist ja der Witz. Das ist ja noch Verschwendung. Nein! Das wollte ich nicht. Dafür hole ich mir jetzt erstmal hier einen Mega-Crush. Gut, alles klar. Das war ungewollt. Wie gut, wie gut, dass das nichts kaputt gemacht hat. Sonst wärtest du kein Schlafsack mehr. Oh Gott. So. Jetzt mal das Eisen einschmelzen. Was sehen wir hier nach oben ins Dach, aufs Dach komme? Oh, ich muss doch demnächst mal wieder Beete bauen. So, langsam gehen sie hier. Empty. Bist du hier die Schank meint? Bitte, sag mir, dass das nicht wahr ist. Da ist kein Wunder, dass der Laden nicht läuft. Hast du was gegen Schank meint? Je nachdem, wie sie aussehen. So, wo war die Munition? Ne, merkt euch, wie die Waffen-Munition da. Geh für sie, die Marken-Munition. Ja. Schießpulver auch rein. Stalknüppel, den machen wir nochmal kaputt. Dann noch die Rakete hier rein. So, zack, und. So, Teile. Da hin. So. Was kann ich noch zerlegen? Teile, ne, die Teile. Plunder, wo ist Plunder? Ja, halt mal, ich kann Plunder. Ja, ich Plunder. Plunder, 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 Plunder. Ja, ich war doch gerade hier, die Chitons kommen da rein. Das geht. Ich hab nicht noch Teile. Warum hängt die Tür wieder mit hier? So, ich mach ganz kurz, also ich geh mal ganz kurz auf die Toilette. Ich bin wieder da. Oh! Oh! Musik